Es gibt niemanden, der mehr als nur einen winzigen Ausschnitt der Welt genau kennt. Doch das verlangt die Idee der Bildung auch nicht. Aber der Gebildete ist einer, der eine Vorstellung davon hat, was Genauigkeit ist und dass sie in verschiedenen Provinzen des Wissens ganz Unterschiedliches bedeutet. Bildung als Aufklärung Der Gebildete ist also derjenige, der sich in der Welt zu orientieren weiß. Was ist diese Orientierung wert? Wissen ist Macht, heißt es. Was die Idee der Bildung anlangt, kann das nicht heißen, mit seinem Wissen über andere zu herrschen. Die Macht des Wissens liegt woanders. Sie verhindert, dass man Opfer ist. Wer in der Welt Bescheid weiß, kann weniger leicht in das Licht geführt werden und kann sich wehren, wenn andere ihn zum Spielball ihrer Interessen machen wollen. In Politik oder Werbung etwa. Orientierung in der Welt ist nicht die einzige Orientierung, auf die es ankommt. Gebildet zu sein, heißt auch, sich bei der Frage auszukennen, worin Wissen und Verstehen bestehen, wie weit sie reichen und was ihre Grenzen sind. Es heißt, sich die Frage vorzulegen, was weiß und verstehe ich wirklich und was von den Dingen, die ich und die anderen glauben, steht auf wackeligen Füßen. Es heißt, einen Kassensturz des Wissens und Verstehens zu machen. Dazu gehören Fragen wie diese. Was für Belege habe ich für meine Überzeugung? Sind sie verlässlich und belegen sie wirklich, was sie zu belegen scheinen? Wie verlässlich sind die Prinzipien, mit denen man von den Belegen zu den Behauptungen kommt, die über sie hinausgehen? Wie verlässlich sind die Prinzipien, mit denen man von den Belegen zu erinnern kann.